Also, man denkt ja, es ist alles erfunden worden, aber das ist einfach nochmal echt nichts. Das ist ein solider Motorradfahrer wie ich und gleichzeitig auch gerne ein Fahrrad fährt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der Ersttesler weiß, dass wir kein Klimaproblem haben, dass der CO2-Ausstoß sinken sollte, für das Gegenteil, er steigt. Und das ist die Antwort. Also, da habt ihr euch was echt geniales ausgedacht. Das ist der größte Spaß, den ich jenseits vom Motorradfahren mir vorstellen kann. Das ist der Hammer!